Ich freue mich, dass ihr das Video angeklickt habt. Zuerst vorweg schon mal, es dauert 30 Minuten. Ich weiss, es ist lang. Aber die ersten 7 Minuten sind eigentlich nur Einführung. Wenn es euch juckt, dann schaut es. Wenn es euch nicht juckt, dann geht es zu 7 Minuten, weil ab dort fängt eigentlich das Video an. Und hört am Ende auf. Und jetzt noch viel Spass, bye bye. Wie geht's? Wir sollten 10 Minuten landen. Okay. Was ist Leo auf zu? Sleeping. Dann ist es Zeit für ihn, dann. Ja. Du bist okay, Vincent? Ja. 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 Du bist sicher? Ja. Ich bin gut. Leo. Was? Ich... Ja. Wir sind noch da? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Everybody stand down! Here you go. Good job, Vincent. I'm sorry, Leo. Here you go. 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 Sie müssen zu sprechen, bei einem Moment. Er wird nicht sagen, ein Wort. Ja, ich weiß. Es gibt nur eine Option, jetzt. Ich werde jemanden auf ihn. James, wenn du Harvey und der Black Orlov möchtest, das ist der einzige Weg. Ich werde mich in eine Karte neben dem. Nein, nein. Du bist zu nah, Vincent. Du solltest das eine rausgehen. Gary war mein Bruder. Mein Blut und Blut. Und er ist tot, weil ich mich. Ich habe ihn in diese Situation. Ich muss das tun, und du wissen es. Juste machen es, James. Du bist unter anderem, Leo. Es ist vorbei. Was will ich da jetzt so sagen? Jerry, Mann, ich habe dir vertraut. Was will ich da so sagen? Du willst gar nichts sagen, Mann. Du wirst dich einfach dicht gegen mir. Was soll das? Ich bin enttäuscht von dir, aber der Skröber in dem Fall. Hey, tschüss, ich lauf da davon ganz ehrlich. Du bist eh an, Kapu, Mann. Du bist eh an, Kapu, Mann. Ja, nein, das ist doch wirklich wahr, Mann. Es kann jetzt nicht so schwer sein, auf GTA geht das auch. Bring dich doch jemanden um, bring dich doch jemanden um, bitte. Bitte schiesst du, einen Headshot. Hört schon. Hey, der. Hey, nicht das Flugzeug, Kapu, Mann. He, he, das hast du jetzt davon. Ich mache, ich mache dein Flugzeug kaputt. Du beziehst nicht mal auf meinen Kopf, weil du beziehst einfach so an meinen Kopf. Oh nein, bitte. Guten Morgen, guten Mittag und willkommen zum Way-Out-Finale. Das Video wird anscheinend ein bisschen länger und situationsbedingt. Und es ist das Letzte. Ja, vielleicht war das in zwei Teile, ich weiss ja nicht. Das letzte Video in zwei Teile. Nein, nein, ein Teil. Oh, Mann, ich bin... I fucking trusted you, Vincent. Leo, you need to calm down. Calm down! Are you serious? Ich beruhige mich nicht, Mann. Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet. You backstabbing pig. Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Oh, ich bin in vorderem. Ähm... Was soll ich sagen? Ähm... Du kannst mich eh nicht umstimmen. There is still a chance for you to do the right thing. The right thing, huh? The only right thing here is me pointing the gun right out of your face. So shut up! Komm, halt dich an. Nein, ich halte dich nicht an. I'm really sorry for everything. I'm really sorry for everything. Please keep in the car. Ich werde das gewinnen. I can't believe you, you fucking bad. Doch. Jaime. Du krachst mit der Waffe rein und dann stirbst. Ganz ehrlich. Ich bin so nix in der Waffe nicht gekommen. Ich bin so nix in der Waffe nicht gekommen. Aber du bist dumm zum Autofahren und bringst ein Spidey um. Ja, immerhin bist du tot. Also. Du enttäuschst dich nicht, Jaime. Oh yeah. Tschüss. Hey. Hallo, schick aus. Muss ich da steuern? Komm, shift. Egal ob ich das bin oder nicht. Einfach shift. Komm jetzt nicht. Hey, mach nichts. Komm nicht, ich komm dich auf die Waffe. Nice, Eric. One more time, I can't let you get away. Stop then, Vincent. Oh damn. Jetzt muss ich. Was machen? Ich kann das nicht sagen. Fass jetzt noch keine Ahnung. Oh damn, Alain. Ich freu dich mit dem Helikopter. Ahhhh. Àààààààààà. Ich krieg dich hin. Ääää quiere. Työ gel developers. Beide kommen hier, wir gehen einfach einen Kaffee trinken. Ich würde gerne, aber du bist ja so einer, der einfach hintergeht. Ich bin bestochen worden. Komm, steig in, wir fliegen einfach weg. Nein! Du Verräter! Ich springe wie auf dein... Oh shit! Hey, hör auf! Hey! Mein Boot! Mein Boot ist ziemlich relativ... Die Mörder, die Mörder! Nein! Scheiss, zu! Take dieses Boot! Nein, du kriegst es nicht! Niemals! Take dieses Boot! Diebstahl! Wieso immer das Boot, der während dem Wasser gestanden ist? Habt ihr das? Ach schade, der ist nicht auf dem Boot! Mann, Leo, bleib doch im Wasser! Du dodgst... Ich wäre jetzt für die Nala im Wasser geblieben und einfach meinen Dood hätte... Und einfach meinen Dood... Nein, einfach meinen Dood fortwischen! Ich weiß... Oh shit! Ich sehe ihn rinnen! Set uns da oben! Okay! Ey! Okay, okay! Ist das wieder so ein 2D-Spiel? Alter! Falsch das? Wack doch! Let's go, let's go! Wieso? Wieso ist sie eigentlich nass? Du kriegst mich nie! Weil dir noch einmal nahe am Wasser... ...geflogen sind... Wow! Warum der Lift? Ja! Die bist du runtergekommen, oder? Echt? Das sage ich noch dir nicht! Du sagst es selber nicht! ... ... Frau ist weg! Don't do anything stupid, Leo! Shut up! Just go! I don't wanna hurt you, Emily! Just get up! You know I can't do that! Don't fucking push it! Emily! Emili! Emilia... Go! Leo! Krass abgeschlossen! Please stop this! How does it feel to snap someone in the back? I know you're disappointed! Ja, ja! Why did we kill my brother? I had no choice! I can't fucking believe this! I'll talk to the captain! We'll reduce your sentence! My sentence! You're a dead man! You freeze the attack! Where are your son? Alex! Shut the fuck up! Don't mention his name! You don't get your message in the back! You don't get your message in the back! You hear that you piece of shit! You're a dead man! 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 Einfach! Ich laufe zurück und balle dich jetzt runter, sagst du ganz ehrlich! Einfach schusssichere Scheiben! Wohin muss ich überhaupt? Das kann ich dir auch nicht so genau sagen! Oh my god, it's the guy from Fortnite! Das kann man zu�iden! ップMAGEN Bein gegen Blei! Blei gegen Blei! Wie kommt den Weg hin? Du wirst niemals so hoch Weisst ich finde das so feiss man weisst man sieht da halt auf dem anderen Bildschirm Jetzt hast du keine Geduld mehr Jetzt kommst du Jetzt traust du dich nicht mehr Wie kommst du jetzt? Klettern WTF wie kommst du jetzt da hoch du bist auf der anderen Seite an der Türe rein Eben ist der Maus wackelt so sehr Digga Mein ganzer Maus wackelt einfach alle Ja meinen auch Kommt alle los Finde dich Komm scheisse ihn doch einfach Alright Now Easy See It's down Push it away Leo Don't do this Sit up Mann ich hätte dir einen Fake Schuss sicher im besten sollte gehen I sit on your knees How do you feel about this Das wäre eigentlich eigentlich eine Gescheid von dir gewesen Wenn du mir eine falsche Schuss sicher im besten gegeben hast Oh nein ich hätte ja weh dass du es schaffst Ja Ach Jemine das kann ja nur toll werden Hey Ich sehe dich Wo bist du Hey bevor wir uns irgendwie abschießen Zuerst einmal Wo bist du und wo bin ich Okay du bist wieder eine Brücke Ah Hey Hey Habe ich dich jemals überhaupt getroffen Alter Nein nicht wirklich Ich bin einfach zu gut Alter dass ich dich nicht treffe Weil ich eh raus Du kannst ja nicht mehr Tschüss Waffe Oh neun Nein Nein Jayme geh auf Ich springe dir runter Wie bin ich jetzt ein solches Downalder? Wie? Die Drehkugeln, weisst du? Und wie ziehen wir das ab? Nein! Nein! Das ist für dein kleines Kind. Und ich habe dir auch so die Geduld gehabt, dass du das entahmen kannst. Ja und? Mit meiner Gesundheit. Mit meiner Gesundheit. Ja gut. Wehe. Auch machen Sie. Wum. Mit dem Rasenmaier schau. Wum. Wum. Ich kriege den Rasenmaier nicht an. Ich sage es dir. Wum. Und jetzt kriege ihn an. Wieder mal hier. Human Fall Flats. Wum. Das kennen die auch noch. Ein super Video ist das geworden. So. Und die ist jetzt für jemand anderes, der aus deinem Leben wichtig ist. Bad Sonne. Nein. Meine Kerze. Ich blöse das extra aus. Bleib dir nicht rechts, ob meine Kerze klaut. Siehst du es? Scheisse. Ahne. Nein. Ich kicke. Ich bin tot. Es ist halt wirklich belastet. Der stirbt bei mir überhaupt am Schluss. Nein. Vielleicht. Ich bringe die Sohne. Nein. Ich bringe die Sohne. Ich bringe die Sohne. Nicht der Benni. Wie heißt der Sohne? Stimmt, das ist eine gute Frage. Nein. Ist es nicht Timmy oder? Doch Tim. Timmy. Tim. Timmy. 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 Nein. Doch nicht Timmy. In the forest heisst doch der Sohn Timmy. Wie heisst er denn da? Jetzt kommt deine Katze angelaufen. Oh. Jetzt hat er seine Katze. Da hat er noch. Da hat er noch. Eine Kugel. Da hat er noch. Waffe. Ich bin gut im Tippen. Ich bin schon immer gut gesehen. WTF? Wie schnell bist du? Wie schnell? Was? 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 Jamie. Noch ein letztes Wort. Warte noch. Warte noch. Abonniert. Nicht Sedimetern. Doch. Abonniert Sedimetern. Die Waffe ablegen. Nicht die Waffe weg. Nicht die Waffe weg. Nein. Komm nicht die Waffe weg. Das heisst es war. Mit dir. Mit dem Let's Play. Und mit dem Video. Aber eine Sache noch. Eine Sache noch. Lädt kein Abo durch. Doch. Lädt Abo durch. Und geht alle Videos beim Weisskopf. Dislike. Er ist verlinkt in der Beschreibung. Doch. Jamie. Ciao. Das hast du jetzt davon. Das ist meine. Komische. Reizentoffe. Hallo Unlist. Lustig. Äh. Unrealistisch. Unrealistisch. Doch. Das ist realistisch. Ich lasse jetzt dich umgebracht. Und du wirst. Gras absterben. Man sieht jetzt. Wie ich tot dort rumliege. Und immer noch atme. Ah. Ich bin so tot. Nein. Und schluss gebe ich dir einen Kick. Aber du weisst schon. Dass Outro Noni da rein ist. Unsere Zuschauer müssen sehen. Wie du jetzt da stirbst. Das ist jetzt dramatisch. Szenen. Aber. Wow. So dramatisch. Ja. Wow. So dramatisch. Hey. Bitte. Löscht meinen Suchverlauf. Hehehe. Hehehe. Egal. Was machst du? Bitte ässlich Suchverlauf. Bitte hol meine Medikamente. Hier ist das Rezept dafür. My letter. To Carol. Wieso steht das bei mir? Das ist eigentlich deine. Ja. Ist genau gerade. Jamie. Gib da vorne. Nein. Komm schon. Das ist meine Bankkarte. Meine Bankkarte. Du. Willst du etwas nach dir? Das ist ein. Das ist ein Brief. Du weisst. Ist dir deine Frau. Das hier. Ist dir deine Frau etwas wert oder nicht? Das hier. Genau. Das. Kriegst du nicht? Hehehe. Doch. Gib jetzt. Ich muss dir eine Frau geben. Okay. Ich gebe es dir nicht. Komm jetzt. Ja. So ist es gut. Aber die Musik ist geil. Nein. Die ist wild. Und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Wie ich stiebe. Nein. Ja. Ja. Jamie. Hat mich gefreut. Man sieht sich. Merkst du Sonntag wieder? Nein. Nein. Mein Arm redet weiter für mich. Hey. Oh nein. Nein. Wieso. Bibi. Nein. Mach doch mal zu. Und Beatmung. Jamie. Es hat mich gefreut. Jetzt sagst du kein Wort mehr. Wenn du tot bist. Nein. Doch. Stumm. Aber warte schnell. Jetzt tut dich stumm. Nein. Nein. Ich rede jetzt doch wieder. Ich rede jetzt doch ganz böse weiter. Ich bin der Erzähler von der Geschichte. Du bist ein Geist. Danach ging er in eine Stadt, wo er ... Hey. Wollen wir noch einen zweiten Teil machen? Schau. Es gibt eigentlich nichts. Er ging zu einer Person, die er einmal gesehen hat. Hey, nein bitte hör auf. Hör auf. Nein, hör auf. Ohne Witz jetzt hör auf. Hör auf. Okay. Wie geht es weiter? Ich habe einen Bart bekommen. Oh mein Gott, du bist richtig männlich. Tschüss. Schön. Ja, besuch die Polizei jetzt nicht nach mir. Hey. Gib den Brief den Namen. Aber ich habe jetzt eine grössere Nase. Ganz ehrlich. Was ein Bart ausmacht. Ein riesen Schunker, Alter. Aber ein riesen Teil. Die Sohne, wenn man dann leidet. Kringerstreiche. Aber deine Tochter müsse ganz ohne Vater aufwachsen. Ja, du bist halt schuld, hä? Du Mörder. Es ist mir zu wundern, was auf dem Brief steht. Boah, zum Glück lebe ich nicht mehr. Das Kind ist schon verhessen. Ähm. Was ist denn so? Ein Brief? Nein, ich komme wieder hin. Tschüss. Und plötzlich hätte ich auch blöd mit drauf. Carol. Oh, das ist okay. Ich weiß nicht, Carol. Karolina I know I can be yours forever Vincent Also yours heisst in diesem Fall Liebe Your? Ja Er hat ja gerade gesagt, in yours forever Vincent, in ewiger Liebe Ah weiss doch nicht, ich bin kein Philosoph aus England Ich fahre zu Hause Endlich darfst du mal fahren Let's go Ja Aber jetzt darfst du mal selbst fahren Und weisst was, ich bereue es nicht mehr dass ich dich gebracht habe Das finde ich schön Motel Motel So, jetzt sehe ich meinen Sohn endlich wieder Jetzt ist er so 3 Jahre älter Einfach so ein erwachsener Mensch Weisst du, er ist so 10 Jahre nach 3 Jahren erwachsen Hehehe Hey buddy Hi Du siehst genau gleich was du gehackst Hey Linda Are you guys ready to leave? We are Are you sure no one was following you? Yeah, yeah We're fine Let's just get gone Are you okay? I am I'm fine Jaja Labanisch Sei ruhig man Das ist jetzt eine emotionale Szene zwischen meiner Frau Du bist emotional hey Nö Was willst denn du? Ich sehe aus wie der Lehrer den ich mal hatte Hehehe Hehehe Die liebe Leute die mich kennen Ihr wisst wer wir meinen Er ist gross Und hat 1 zu 1 Hat wirklich 1 zu 1 so ausgesehen Hehehe Und der D Punkt Ander Nachnamen kann man doch sagen Widme Heee Ander Herr Widme Oh fuck Hehehe 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 Du liegst in dem Sarktin Wow Kann ich da mal rein schauen Hehehe 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 Dein Kind ist einfach wie eine Puppe dort innen und macht keine Angst Hehehe Hey Hey, ich wünsche auch schön, ich muss jetzt mit dem Computer reden. Bei Wassertub kennen wir. Tschüss. Bye bye. So, endlich ist auch die Stimme von Jamie. Realerweise gestorben. Also, lasst ein Like hier. Wenn das letztlich geil ist. Weil ich finde... Way Out ist einfach so... Ich fühle das Spiel. Und so ein bisschen als anderes Spiel, das jetzt an mir angehört kommt, haben wir überlegt. Und wahrscheinlich Farming Simulator. Auf so 20-minütige Games. Also ein bisschen Mischung zwischen Game und Podcast. So ein bisschen über Gott und die Welt reden. Ja. Wenn wir da mit einer Maschine übers Feld fahren. Dann bis... Noch kurz zurück wieder. Und man gehört dich nicht. Ja, jetzt gehört man dich wieder. Ah, hallo. Hey, danke, dass ihr da zugeschaut habt. Es hat mich sehr gefreut. Nichts. Und jetzt haben wir einfach noch das kleine Problem, dass im Hintergrund Musik ist. Und jetzt auch noch die Outro Musik kommt. Aber ja... Hier ist das Outro. Das ist das Outro. Das ist das Outro, okay. Dann äh... Jungs, Mädels... Abonnieren, Like hier und so. Vergesst nicht, Like abonnieren. Genau, Like abonnieren. Und Glock aktivieren. Durch wissen den Bescheid. Ja, ja, ja. Und dann Jamie, dann würde ich sagen... Wünschst du mir noch Glück mit dem Computer zu rechnen? Ja, wünsch ich dir noch. Sonst können wir uns spielen. Wir sind Jungs, Mädels. Man hört sich nächstes Wochenende wieder. Jungs. Ich weiss noch nicht genau, was dann kommt. Wir haben jetzt fortproduziert hier. Wir haben das ca. vor zwei Wochen aufgenommen. Ca. so genau vor zwei Wochen. Nämlich jetzt haben wir Samstag und morgen am Morgen kommt dann... Human Fall Flat. Vor einer Woche und einem Tag. Ja. Nein, vor zwei Wochen und einem Tag. Ach, ich weiss doch genau. Ja, vor zwei Wochen. Und... Wahrscheinlich kommt noch Among Us dazwischen. Aber ja. Ähm, also dann... Tschüss zusammen hat noch einen ganz geilen Tag. Und ja. Ja. Tschüss. Und jetzt einfach den Abspann geniessen. Ja. Tschüss.